Ja, nicht ehrlich gesagt auch, werden wir hier erst mal auf den Angriff der Eisbären schauen und da ist das Tor! 1 zu 0 für die Eisbären Regensburg. Nach 30 Sekunden, der Treffer, Blitzstart für die Eisbären. Und es ist Richard Diewisch, der da bedient wird von Marvin Schmid. Schauen wir nochmal in der verlangsamten Perspektive drauf, das ist Marvin Schmid, der da abschließt. Also für mich eher die 13-Jürtreffer. Nein, Diewisch, du hast ein Adlerauge, Philipp. Thomas, wir machen zum Überschritt. Ja, mach ich gar nicht.